Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Heute spielen wir mal wieder Ballzone und wir landen in den Stadion Warum ist das denn jetzt so komisch? Rundenkehrt jedenfalls ich mache wieder 3 Runden schneide die Kills und Tote wieder zusammen würde ich sagen viel Spaß damit immer direkt auf den Köl gehen das ist mein Motto Oh mein Gott wie nicht schlecht So endlich mein Gegner helfen Oh ich hasse die Map allgemein früher fand ich guter geiler als die Map Oh mein Gott Oh mein Gott Nein darüber reden wir jetzt nicht Oh mein Gott hab ich dich erschrocken Oh mein Gott Den schnappe ich mir Zugriff Wo ist er hin? Ach da Oh mein Gott einfach der Profi geworden gerade seit 5 Minuten Hab ich ihn? Oh mein Gott hat er mich erschrocken Ich dachte ich hab ihn schon Oh mein Gott Oh der hat eine Maske für mich Ich dachte die Kopfschmerzen ich dachte da wäre schon krachen gegangen Ich dachte da wäre schon krachen gegangen weg 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 renn 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 muss gerne mit gut ihn abknallt gut das Fernrohr ist echt praktisch oh oh fluchttag oh oh fluchttag Oh mein Gott Oh mein Gott Ich stehe wieder auf und renn weg Autsch 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 tot tot dann auch die Kräne neiner Zeitbedarf kam Einfach Profi Einfach Profi geworden Ist ja 3 Minuten bin ich einfach Profi Profis nennen E-Sportler Oh mein Gott Jetzt ist erschrocken alter Ach da oben Gehen wir uns erst mal platten Halt eine Schraube über uns Halt eine Schraube über uns Oh wir haben mal getroffen Hä? Ich war, ich bin immer drauf Gehen wir uns platten und dann kämpfen wir weiter Ich war eigentlich immer recht gut drauf Einfach, ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr, also, Digga, na klar, bisschen hole, kann man da drauf, anscheinend ja, hat da gerade jemand was gesagt, oder was ist das Spiel, Okay, ducken, hä, hat da gerade jemand gesagt, fuck, the fuck, hat da, hä, hat das jetzt wirklich jemand gesagt, oder, ich hab nur lost, gerade, und bild mir das ein, Tod, ich wusste doch, hier ist irgendjemand, weil Digga, dann ist ja kein Mund, dass die alle wissen, wo ich bin, ich glaube, ja, ganze Zeit, um das Video hier zu kommentieren, Ja, jetzt werde ich verkacken, safe Aim kick, aim, was war das, ich werde verkacken, war ja klar, also, ich hab das nur gemacht, um nicht so arrogant zu werden, Ab, in Wahrheit bin ich aber auch egal, So, mein schönes, flinkte Ausrüstungslieferung, was mache ich, ich gehe, also, ins Haus, Tod, Ich bin in den alle heute, Ich war so klar, dass es eine Falle ist, Euch hat die Folge gefallen, das ist ein Längen, aber da folgt auf meinem Instagram, einfach nur schlecht, Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich nächstes Mal wieder alleine spielen soll, oder mit Noah, also, beziehungsweise mit MCNF, Ich sage, ciao, Leute!